Ich konnte nicht fasten, weil ich mein Kind stillen musste, muss ich am selben Tag arme Menschen füttern oder wenn ich fertig bin mit Fasten. Es ist gut, wenn du das am selben Tag machst, für jeden Tag, wo du nicht fasten konntest, dass du an diesem selben Tag, wallahu ta'ala ala wa'alam, die, die einen Armen speist.